Märchen der Gebrüder Grimm Heute von dem Mäuschen, dem Vögelchen und der Bratwurst Es waren einmal ein Mäuschen, ein Vögelchen und eine Bratwurst in Gesellschaft geraten, hatten einen Haushalt geführt, lang wohl und köstlich in Frieden gelebt und trefflich an Gütern zugenommen. Das Vögelchens Arbeit war, daß es täglich in Wald fliegen und Holz beibringen müßte. Die Maus sollte Wasser tragen, Feuer anmachen und Tisch decken, die Bratwurst aber sollte kochen. Wem zu wohl ist, den gelüstert immer nach neuen Dingen. So eines Tages stieß dem Vögelein unterwegs ein anderer Vogel auf, dem es seine treffliche Gelegenheit erzählet und gerühmet. Derselbe andere Vogel schallte es aber einen armen Tropfen, der große Arbeit, die beiden zu Hause aber gute Tage hätten. Denn wenn die Maus ihr Feuer angemacht und Wasser getragen hatte, so begab sie sich in ihr Kämmerlein zur Ruhe, bis man sie hieße, den Tisch zu decken. Das Würstlein blieb beim Hafen, sah zu, daß die Speise wohl kochte, und wenn es bald Essenszeit war, schlinkte es sich einmal viere durch den Brei oder das Gemüse, so war es geschmalzen, gesalzen und bereitet. Thäme dann das Vöglein heim und legte seine Bürde ab, so saßen sie zu Tisch, und nach gehabtem Mahl schliefen sie, sich die Haut voll bis an den andern Morgen, und das war ein heilig Leben. Das Vöglein, andern Tages, wollte aus Anstiftung nicht mehr ins Holz. Sprechend, es wäre lang genug Knecht gewesen, und hätte gleichsam ihr Narr sein müssen, sie sollten einmal umwechseln und es auf eine andere Weise auch versuchen. Und wiewohl die Maus heftig dafür bat, auch die Bratwurst, so war der Vogel doch Meister. Es mußte gewagt sein, spieleten Darwegen und kam das Los auf die Bratwurst, die mußte Holz tragen. Die Maus ward Koch, und der Vogel sollte Wasser holen. Was geschieht? Das Bratwürstchen zog fortgehend Holz. Das Vöglein macht Feuer an, die Maus stellte den Topf zu und erwartete allein, bis Bratwürstchen heimkäme und Holz für den andern Tag brächte. Es blieb aber das Würstlein so lange unterwegs, daß ihnen beiden nichts Guts vorkam, und das Vöglein ein Stück Luft hinaus entgegenflog. Unfern aber findet es einen Hund am Weg, der das arme Bratwürstlein als freie Braut angetroffen, angepackt und niedergemacht. Das Vöglein beschwerte sich auch dessen als eines offenbaren Raubes sehr gegen den Hund. Aber es half kein Wort, denn, sprach der Hund, er hätte falsche Briefe bei der Bratwurst gefunden, deswegen wäre sie ihm des Lebens verfallen gewesen. Das Vöglein, traurig, nahm das Holz auf sich und heim und erzählte, was es gesehen und gehöret. Sie war sehr betrübt, verglichen sich aber das Beste zu tun und beisammen zu bleiben. Derowegen, so deckte das Vöglein den Tisch, und die Maus rüstete das Essen und wollte anrichten, und in den Hafen, wie zuvor das Würstlein, durch das Gemüse schlingen und schlupfen, dasselbige zu schmelzen. Aber ehe sie in die Mitte kamen, ward sie angehalten und mußte Haut und Haar und dabei das Leben lassen. Als das Vöglein kam, wollte das Essen auftragen, da war kein Koch vorhanden. Das Vöglein warf bestürzt das Holz hin und her, rufte und suchte, konnte aber seinen Koch nicht mehr finden. Aus Unachtsamkeit kam das Feuer in das Holz, so also, daß eine Brunst entstünde. Das Vöglein eilte Wasser zu langen, da entfiel ihm der Eimer in den Brunnen und es mit ihm hinab, daß es sich nit konnte mehr erholen, und da er saufen mußte.